Das ist Herr Meier. Herr Meier entscheidet selbst, wie er sein Geld anlegt. Außerdem will Herr Meier das Beste aus seinen Veranlagungen machen und sein Geld nicht für unnötige Spesen ausgeben. Daher ist Herr Meier Kunde bei Direktanlage.at. Der führenden Discount Brokerage Bank in Österreich. In unseren Filialen in Bregenz, Graz, Linz, Salzburg und Wien bekommt er von uns die Informationen, die er dafür braucht. Herr Meier nimmt die Dinge gerne selbst in die Hand. Ob in einem unserer Anlagecenter, im Büro, zu Hause oder im Urlaub. Herr Meier hat sein Vermögen immer im Griff. Und er kauft und verkauft Wertpapiere, wann immer er will. Für Herrn Meier und weitere 30.000 Kunden steht auch unser Callcenter von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Hier kann er rasch und unkompliziert seine Wertpapiertransaktionen durchführen, erhält alle Auskünfte über sein Depot sowie umfassende Informationen über die Dienstleistungen von Direktanlage.at. Innovative Computersysteme platzieren ihre Order blitzschnell an allen gängigen Börsen weltweit. Auf unserer Website haben sie alle Marktinformationen zur Verfügung, die sie benötigen. Immer mehr Anleger wickeln ihre Wertpapiergeschäfte über Österreichs führenden Discountbroker ab. Mit über 30.000 Kunden, einem Kundenportfolio-Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro und ca. 400.000 Wertpapiertransaktionen pro Jahr gehören wir heute bereits zu den großen Wertpapierbanken, zu den führenden Vermögensanlagebanken in Österreich. Mit einem Marktanteil von ca. 70% sind wir absoluter Marktführer im österreichischen Discountbrokerage-Geschäft. Direktanlage.at startete 1995 als Pionier und Wegbereiter im österreichischen Discountbrokerage-Geschäft. Mit mittlerweile fünf Anlagesendern in ganz Österreich hat sich Direktanlage.at zu einer richtigen Bank entwickelt, bei der sie auch Sparbücher, eine objektive Anlageberatung und andere Leistungen zu unschlagbaren Konditionen in Anspruch nehmen können. Der Erfolg und das ungebremste Wachstum sprechen für sich. Den bisherigen, erfolgreichen Weg werden wir selbstverständlich auch in Zukunft konsequent weiter fortsetzen. Was macht Direktanlage.at so erfolgreich? Ist es, dass wir immer ein bisschen schneller, günstiger und cleverer sind als andere Banken? Ist es, dass wir per Telefon, Fax und Internet rund um die Uhr für unsere Kunden präsent sind? Ist es, dass unsere Kunden zu Freunden werden? Wir wissen es nicht. Am besten, Sie probieren es einfach aus.